Willkommen bei Finanztalk TV. Die Inflation ist da. Das merken Sie neben den dramatischen Preisanstiegen im Energiesektor besonders auch an den Kassen der Lebensmittelsupermärkte. Viele Hersteller verteuern ihre Produkte aber auch so, dass wir es nicht merken sollen. Mit immer dreister werdenden Mogelpackungen. In diesem Video gehen wir näher auf dieses Thema ein. Auch die Regierung scheint sich für das Thema Mogelpackungen zu interessieren. Allerdings auf eigentümliche Weise. Wie, erfahren Sie ebenfalls in diesem Video. Wenn Sie uns unterstützen wollen, geben Sie diesem Video einen Daumen hoch, abonnieren Sie unseren Kanal und betätigen Sie die Glocke, um keinen weiteren Beitrag zu verpassen. Der Bundesrechnungshof hat Probleme mit dem vom neuen Finanzminister Christian Lindner, FDP, vorgelegten Nachtragshaushalt. Der Zusammenhang zwischen der 60 Milliarden Euro Zuweisung an den Energie- und Klimafonds und der Bekämpfung der Corona-Pandemie werde nicht schlüssig erläutert, heißt es in einer Stellungnahme des Rechnungshofs für den Haushaltsausschuss. Es sei zweifelhaft, ob er mit der deutschen Verfassung vereinbar sei. Was genau ist da los? Christian Lindner will 60 Milliarden Euro umschichten, die wegen der Corona-Krise 2021 als Kredite genehmigt waren, aber nicht aufgenommen wurden. Sie sollen sozusagen auf die hohe Kante gelegt werden, damit sie auch für kommende Krisen noch nutzbar sind. Welche Krise wird denn da bitte schön geplant? Ist es der Klimawandel? Der Rechnungshof kritisierte, dass der Klimawandel keine akute, plötzlich auftretende Krise, sondern eine dauerhafte Herausforderung ist. Diese muss man mit den normalen Budgets bewältigen. Die Nutzung von Notlagekrediten könne nur ein allerletztes Mittel sein, nachdem alle anderen existierenden Optionen ausgeschöpft wurden. Außerdem sei es nicht schlüssig, dass der Bundestag nachträglich den Haushalt des vergangenen Jahres verändern könne. Was steckt da konkret hinter Lindners Aktionismus? Diese Umschichtungsidee ist ihm nur deshalb in den Sinn gekommen, weil er versprochen hatte, ab 2023 wieder auf die Schuldenbremse zu treten. Ja, Zeit wird's. Aber die fesche Ansage, weniger Schulden zu verursachen, verhindert nun scheinbar hohe Investitionen in den Klimaschutz. Diese wurden aber auch angekündigt, von derselben Regierung, welcher Lindner angehört. Die Katze beißt sich also in den Schwanz. Das Gefasel von einer Umschichtung von Krisenkrediten ist einfach nur eine weitere Mogelpackung, Steuergelder auszugeben, die dann beim dringend notwendigen Abbau der 2000 Milliarden Euro Staatsschulden fehlen. Und wo wir gerade bei Mogelpackungen sind? Hier kommen die Mogelpackungen des Jahres 2021, wie immer veröffentlicht von der Verbraucherzentrale in Hamburg. Nach dem Motto, weniger drin für mehr Geld, sucht die Hamburger Verbraucherzentrale bekanntlich jedes Jahr die raffinierteste Preiserhöhung. Sie als Verbraucher dürfen jetzt zwischen fünf Kandidaten wählen. Die Abstimmung läuft noch bis zum 24. Januar. Die fünf nominierten Produkte für 2021 haben die Verbraucherschütze aus insgesamt rund 2000 Beschwerden ausgewählt, die ihnen zugeschickt wurden. Nominiert wurden drei Süßwaren und zwei Soßenprodukte. In der Auswahl befinden sich gleich zwei verschiedene Schokowaffelprodukte, bei denen die Verbraucherschützer versteckte Preiserhöhungen entdeckten. Allerdings gingen die Hersteller unterschiedlich an die Mogelpackung ran. Bei den Perpetuumwaffeln von Balsen ist die Verpackung quasi gleich groß geblieben, der Inhalt aber weniger geworden, zum gleichen Preis. Hier errechneten die Verbraucherschützer eine Preiserhöhung von 34 Prozent. Balsen verwies in einem Statement darauf, dass sich die Waffeln andernfalls nicht mehr wirtschaftlich produzieren ließen. Zweiter Kandidat, die Wurzner Waffelblättchen. Bei den Wurzner Waffelblättchen von Grison de Beukela hingegen ist die Verpackung sehr viel größer geworden. Auch der Preis ist in den meisten Märkten gestiegen, aber es gibt nur minimal mehr Inhalt. Laut Verbraucherzentrale ergebe das eine Preiserhöhung von 27 Prozent. Der Hersteller begründet das Verbrauchern gegenüber mit besserer Auffindbarkeit im Supermarkt und längerer Haltbarkeit der Waffeln. Dritter Kandidat, die KitKat Schokoriegel. Nestlé landet wegen seiner KitKat Schokoriegel im Sammelpack auf der Auswahlliste. In denen stecken jetzt nämlich nur noch vier statt zuvor fünf Riegel, bei gleichem Preis und quasi unveränderte Anmutung der Verpackung. Das entspricht einer Preiserhöhung um 25 Prozent. Der Hersteller verweist auf höhere Produktionskosten. Kandidat Nummer 4, Hohmanns Paprikasauce. Eine besonders hohe versteckte Preiserhöhung gibt es nach Ansicht der Verbraucherschützer bei der Paprikasauce von Hohmann. Im Glas seien nur noch 400 statt 500 Milliliter. Bei einem Supermarkt in Hamburg zahlte man nun 1,49 Euro statt zuvor 99 Cent. Das entspricht einer kombinierten Verteuerung um 88 Prozent. Eine Stellungnahme verweigerte der Hersteller. Das ist verständlich, denn da fehlen einem echt die Worte. Last but not least die Rahmsoße von Knorr. Eine Preiserhöhung um bis zu 50 Prozent bescheinigen die Verbraucherschützer dem Unilever-Konzern bei seiner Knorr-Rahmsoße. Statt zuvor drei stecken nun nur noch zwei Einzelpackungen in der Schachtel. Der Konzern begründete die reduzierte Anzahl mit veränderten Konsumentenwünschen, erläuterte diese jedoch nicht genauer. Grundsätzlich geben die Hersteller nur unverbindliche Preisempfehlungen für ihre Produkte ab. Die endgültigen Verkaufspreise legen die Händler fest. Die Verbraucherzentrale Hamburg beklagt allerdings, dass der Handel bei den gut getarnten Füllmengenänderungen der Hersteller mitmache und die Politik diesen Schwindel gewähren lässt. Es geht auch nicht allein um höhere Preise, sondern auch um den zusätzlichen Verpackungsmüll, der pro Inhaltseinheit entstehe. Das wäre doch mal ein echt gutes Thema für unseren Finanzminister Lindner. Statt nach Wegen zu suchen, unsere Steuergelder in Pseudoprojekte für den Klimaschutz zu stecken, kann er den Verpackungsmüll verringern.